Hallo ihr Lieben, wir sind endlich auf La Palma. Wir sind ja ursprünglich auf die Kanaren gekommen, um nach La Palma auszuwandern. Wir sind dann in Teneriffa hängen geblieben und jetzt sind wir endlich nach einem Jahr auf La Palma und es ist so wunderschön, es ist so eine schöne Energie. Wir sind auf einer traumhaft schönen Finca, das ist Finca Artesano La Palma von der Susanna, macht auch Meditationen, also wir verlinken, alles ist ein Traum. Wir zeigen euch gleich noch, wie es hier so aussieht. Aber wir haben etwas vor, ihr kennt uns ja. Wir haben immer lustige Vorhaben oder Projekte. Vor allen Dingen mit euch haben wir was vor, da draußen ihr jetzt zuschaut und ihr vielleicht eine Familie seid und immer sagt, viele Zuschriften kommen immer zu uns und sagen, ja ich würde ja gerne umstellen, aber mein Mann ist anders, meine Kinder essen komplett anders. Und wir wollen mit euch da draußen, ob ihr vegan seid oder ob ihr nicht vegan seid, da draußen einfach mal eine Woche vegan machen. Wir haben ja ein E-Book rausgebracht und da geht es darum um vegan mit Kind und vegan gekocht und Rohkost, wie man Frühstück zubereitet und Mittagessen und Abendessen. Und all das ist in dem E-Book drin und wir wollen mit dem E-Book und mit euch zusammen da draußen eine Challenge starten. Genau. Wann verrate ich gleich, ich wollte vorher noch sagen, dass es ja schon lange unser Ziel war und eigentlich unsere große Ambition, auch wenn wir uns in der Rohkost immer so ein bisschen verirrt haben, dass wir Leute zum Veganismus bringen, weil uns das am meisten irgendwie bewegt und berührt und erfüllt, weil wir einfach so sehen, dass es so eine große Notwendigkeit ist, haben wir in dem letzten Video ja schon drüber gesprochen und gerade bei unseren Kindern, dass die halt einfach auch gesund und natürlich aufwachsen können, finde ich es besonders wichtig und wir setzen natürlich dann so einen Meilenstein für die Zukunft, wenn wir jetzt damit beginnen und deswegen motiviert, also bei mir ist es wirklich so ein kribbelnden Bauch, wenn ich daran denke, also wenn ich einfach an die nächste Challenge denke und es soll so sein. Wir haben uns ein relativ hohes Ziel gesteckt, haltet euch fest. Wir wollen 500 Familien motivieren, mit uns eine Woche vegan zu leben. Wir wissen noch nicht, wie wir es schaffen, aber wir wollen es schaffen. Wir hatten ja schon mal circa 400 Leute, die mit uns die erste Rohkost-Challenge gemacht haben, also irgendwie muss es möglich sein. Genau, wir werden eine Facebook-Gruppe machen. Wir haben jetzt quasi 10 Tage, um dieses Ziel zu erreichen und am 1. April mit allen Vorbereitungen geht es dann los. Genau, 1. April. Das ist noch ein bisschen hin und so lange haben wir noch Zeit und da brauchen wir eigentlich jetzt euch. Letztendlich haben wir diesen Kanal ja gestartet, um den Menschen da draußen zu zeigen, vegan ist easy, vegan ist einfach, wir können es leben, auch als Familie. Und viele, viele, ich weiß es, viele, viele haben schon davon profitiert, haben gesagt, okay, da hat mich jemand an die Hand genommen, da habe ich profitiert und da kann ich vegan leben. So funktioniert es, die Videos haben funktioniert oder was auch immer. Ich fühle mich gut, ich bin leichter, sportlicher, was auch immer danach kam. Und ich habe das Gefühl, wir können noch viel mehr bewegen und da brauchen wir jetzt euch, die schon den Weg gegangen sind und einfach zu sagen, komm, nehmt eure Freunde mit, vielleicht befreundete Familien, die ähnlich denken oder postet es irgendwo im Internet und sagt, ey, da ist eine vegan-Challenge für Familien, nicht für irgendwelche einzelne Personen. Aber ich möchte im Speziellen jetzt die Familie mit ins Boot nehmen, weil eben die Kinder, oftmals die Frauen immer sagen, ah, die Kinder sind ja ganz anders, habe ich gerade eben schon gesagt. Oder der Mann, der sagt, ah, ich muss dann noch was essen. Aber nein, diesmal wollen wir sagen, eine Woche vegan für alle. Also einfach spüren, wie man sich nach einer Woche fühlt, wie gut, wie leicht, wirklich, wie wohl man sich plötzlich in seinem Körper fühlt. Und ich glaube, das wird die Männer betreffen, das wird die Kinder betreffen und das soll das Essen. Also unsere Rezepte sind komplett vegan, bis auf ein, zwei Speisen, also Currywurst, ist glutenhaltig, sind alle glutenfrei und sie sind zuckerfrei. Also für die, die auch sagen, wir wollen gesünder leben, wir wollen, dass einfach unsere Kinder irgendwie gesünder aufwachsen und dann auch besser konzentrieren können, besser im Sport sind, wie auch immer. Einfach glücklicher sind, ist es auf jeden Fall optimal, dass man halt auch Zucker weglässt, überhaupt industriell verarbeitete Nahrung, weil wir haben alles, bei uns ist alles natürlich, ist selbst gemacht, wie so eine Tomatensoße, die wird selbst gemacht. Und das ist das Wichtige für uns, es gibt ja schon zahlreiche Bücher und da stehen auch schöne Rezepte drin und so, aber das Konzept dahinter für uns ist, ist, wir wollen alle satt kriegen und wir wollen alle, dass es allen schmeckt. Wir wollen, dass es für alle gut ist und das ist unser großes Ziel. Und so bin ich auch damals angetreten, als ich vegan wurde, habe ich gedacht, ja, aber das ist, gut, das ist jetzt schon elf Jahre her. Ja, da war noch nichts schmackhaft irgendwie, habe ich gedacht, naja, das muss ich verbessern und da bin ich ja angetreten und habe gesagt, jetzt gebe ich mich da rein in diese ganze Kochsache und versuche das besser zu machen. Habe es auch herausgefunden, wie es funktioniert und dass es gar nicht so ein Hexenberg ist. Und jetzt haben wir einfach gesagt, jetzt möchte ich das auch, dass da draußen die Leute sagen, es schmeckt gut, es ist vegan, es ist tierleidfrei und es ist auch noch gesund und alle finden es gut. Genau, es gibt auf jeden Fall super Alternativen für Leute, die gerne Süßes essen, super leckere Nutella-artige Pralinen, es gibt Kuchen, alle Kinder lieben diese Kuchen. Und es gibt vor allem auch Sachen, wo man es vielleicht ab Geburtstag, Kindergeburtstag, Entschuldigung, gleich findet, wie Currywurst oder Tortillas oder was haben wir noch, so kleine Schnitzel, ah ja, Fischstäbchen-Ersatz und sowas. Und man einfach merkt, okay, sie können das mit den anderen Kindern essen und wenn sie das vielleicht schon vorher kannten, dann werden sie es jetzt auch so mögen. Vielleicht noch einen Satz dazu, wenn jetzt, ich weiß schon, da schreibt mir jemand drunter und sagt, ja, warum müsste denn ihr Veganer da immer Fisch nachmachen und Schnitzel nachmachen und so weiter. Aus folgendem Grund, weil die Leute da draußen, die wir erreichen wollen, die noch nicht vegan leben, das gewohnt sind. Und ihnen wird ganz sicher der Umstieg leichter fallen, wenn sie erstmal das gleiche wieder essen können, das gleich aussehende, aber eben pflanzlich. Aber jetzt konzentrieren wir uns darauf, wir wollen 500 Familien und wir wollen vor allen Dingen, dass sich jeder dabei unterstützt und hilft. Also wir geben natürlich alles rein, was wir haben und das von euch aber auch jeder unterstützt. Jemand, der noch nicht weiß, ja, wie mache ich jetzt das oder so, dass man halt immer, so, das wäre mein Traum. Genau, also die Zielgruppe sind Veganer, Vegetarier, Leute, die einfach offen dafür sind. Also jeder, der irgendwie sagt, das würde ich gerne mal ausprobieren, dann mache ich mir mit, ich gucke einfach mal, wie ich mich fühle. Dann gibt es eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr alle einladen und umso mehr dabei sind, desto besser. Wir wollen ja was bewegen, wir wollen etwas bewirken, wenn wir bei uns beginnen und bei unseren Kindern in unserer Familie und uns gegenseitig unterstützen. Also es entsteht eine kleine Online-Community und vielleicht sogar irgendwann was Größeres in echt. Also seid von Anfang an dabei, lasst uns junge Familien oder auch mit großen Kindern wirklich versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen, dass wir etwas in der Welt bewegen können. Und das ist einfach unsere Vision. Ja, ich hoffe, dass ihr uns dabei unterstützt. Wir werden auf jeden Fall euch auch wiederum auf Instagram aktiv reposten. Also wenn ihr was darüber berichtet, werden wir das auch in unseren Storys teilen. Also es ist immer ein ständiges Geben und Nehmen oder wie sagt man. Wir wollen jetzt auch gar nicht mehr lange reden, wir wollen, dass ihr startet. Also unser E-Book ist unten verlinkt, die Facebook-Gruppe ist unten verlinkt. Kauft euch das E-Book, kommt dazu oder ihr habt es oder ihr kommt auch ohne E-Book, wenn ihr schon gesagt habt, ihr habt genug Rezepte. Kommt in die Gruppe und ladet alle eure Freunde, Familien, die ihr irgendwie kennt, Nachbarn und so weiter ein, dabei zu sein. Und lasst uns was zusammen bewegen. 500 Leute und einen Rabatt-Code habe ich auch noch eingerichtet für das E-Book, die jetzt speziell an dieser Challenge teilnehmen, geben wir einfach 20% drauf. Und der Code heißt? Der Code heißt 500veganefamilien. Hashtag auch bei Instagram und Facebook 500veganefamilien. Kommt, das schaffen wir. Wir setzen uns gerne um hohe Ziele, weil es dann einfach der Ansporn richtig groß ist, etwas zu tun. Und ja, wir sind so, also bei mir prickelt es überall. Ich bin so gespannt, ob wir das schaffen. Okay, das war es dann auch essen. Und jetzt wünschen wir uns noch einen schönen Tag hier aus La Palma. Und einen schönen Tag. Tschüss.